hallo und herzlich willkommen zu einem neuen mail day hier auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme und jetzt kommt erst mal das intro ja mein erstes mail day wo an mein postfach ging hier könnt ihr meine postfachadresse sehen wenn ihr mir was zuschicken wollt andrea stürmer postfach 12 21 31 55 743 wieder oberstein so und der brief kommt von fabian und mit dem habe ich getauscht und wir schauen mal wenn ihr zugeschickt hat ich weiß natürlich schon aber ihr wisst es nicht ich habe schon rein gelungen jetzt schauen wir mal ich mache es noch so sonst ist nichts drin kein brief so jetzt haben wir hier erst mal ein robben und da hat er unterschrieben der liebe fabi vielen dank ein robben mittelfeld von der magitex welche serie weiß ich jetzt nicht wenn ich nicht so vielleicht wisst ihr es von welcher saison diese hier ist steht doch nirgends wo drauf oder schade weil ich sammelt ihr noch nicht so lange die hier mit so und um diese karten ging es hier wo wir getauscht haben vielleicht ist ja hier irgendwo noch ein brief dazwischen keine ahnung so das sind glaube ich alles karten wo mir fehlen hier haben wir dann haben wir hier annibal goddoy von panama dann haben wir hier raucco von peru dann haben wir der william carvalho von portugal hier haben wir carra im boot und dann haben wir hier noch nicht so aber das ist ja nicht aber das ist ja ein jott also ein bot von senegal oh ja hier haben wir maya yoshida als fans favorite von japan so kommen wir jetzt zweiten pack hier haben wir dann angeht die maria von argentinien hier haben wir fernand von brasilien dann haben wir hier louis moriel von kolumbien hier haben wir niklas bentner von dänemark und hier war mit salar von ägypten die starker spieler die saison geko posta von spanien hier haben wir dann noch jahan bak von iran und hier haben wir noch abts moon von iran das waren das war das mail day von fabi vielen dank die seite gelegt vielen dank nochmal an fabi und falls ihr mir was zuschicken wollt hier ist die adresse und der stürmer post war 12 21 31 55743 idauberstein ihr könnt mir vorher noch eine nachricht zu senden dass sie mir was zuschickt und weiß ich ja nicht was los ist und ja ich hoffe euch hat das mail day gefallen bis zum nächsten mal ciao 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 ciao